Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, es wird peinlich dieses Video eher eine Diashow aus Bildern, die ich gemacht habe. Und zwar geht es darum, wie ich Crazy gekauft habe. Crazy ist mein Araber hier, also Araber Pinto. Und ja, ich zeige euch den Kauf einfach mit Fotos. Ich habe dabei ziemlich ganz viele Fotos gemacht. Und ja, viel Spaß! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.